Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist das eine Video abgebrochen und deswegen möchte ich in diesem Video nochmal ein bisschen auf dieses Thema weiter eingehen, denn wir können noch 20, 30, 40 Videos zu diesem Thema Bewusstsein auch machen und zu dem Thema, weshalb wir tatsächlich hier sind. Ja, es ist nicht so, dass wenn wir unser letztendliches Ziel erreicht haben, dass es dann unendlich langweilig ist. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir unser Ziel erreicht haben und tatsächlich da angekommen sind, wo unsere Seele sein möchte, dann ist es das Gegenteil von langweilig, denn dann befinde ich mich in meinem 100%igen reinen Bewusstsein. Wir Menschen sind nicht mehr und nicht weniger als ein geballtes Bündel Bewusstsein. Ein geballtes Bündel von bewussten Energien, zusammengepackt in einer Person, hier auf dieser Erde, in einem Körper. Und jeder Einzelne von uns ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Ein absolutes Wunderwerk der Schöpfung. Und wir sind tatsächlich auf der höchsten Stufe der Schöpfung und damit natürlich auch auf der höchsten Stufe der Verantwortung. Wir haben unendlich viel Verantwortung für andere Menschen, für Tiere, für Pflanzen, für die Natur, für unsere Erde. Die Verantwortung ist groß, unabhängig von all den politischen Dingen, die man uns versucht hier einzureden. Es geht einzig und alleine um das Bewusstsein und um meine reine positive Energie, um die Ehrlichkeit zu mir selbst. Darum geht es. Und gleichzeitig werden wir Tag für Tag immer wieder abgelenkt. Und dann kommt die Frage, weshalb bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe hier? Was muss ich hier tun? Und wir werden abgelenkt von der Seite von Satan. Wir werden abgelenkt, ja? Wir werden abgelenkt mit vollkommen überflüssigen Nebensächlichkeiten. Geld verdienen. Ah, ich weiß, einige werden sagen, ja, ohne Geld geht es nicht. Ja, arbeiten. Noch mehr Geld verdienen. Natürlich, es ist Teil unseres Lebens. Manche Menschen sind sogar krank, wirklich so krank, dass sie immer mehr besitzen wollen und trotzdem nicht zufrieden sind. Wo sie wirklich mit all dem Besitztum gar nichts anfangen können. Wo sie eigentlich auch gar nicht die Verantwortung übernehmen können, nicht übernehmen wollen. Die einfach nur besitzen wollen, um des Besitzens Willens. Und das ist Fakt. Da brauchen wir nicht darüber zu reden hier. Da brauchen wir nicht spekulieren. Jeder Einzelne von uns wird alles verlieren. Alles. Manche verlieren es während ihres Lebens und fangen wieder neu an. Und verlieren nochmal und fangen wieder neu an. Sie schaffen es wirklich immer wieder neu anzufangen. Und andere verlieren alles tatsächlich dann, wenn sie sterben. Ich habe es bei meiner Mutter gesehen. Sie hatte viel. Ja, viele schöne materielle Dinge. Nicht unbedingt ganz viel Reichtum, aber sie hatte viele Dinge, die ihr Freude bereitet haben in ihrem Haus. Sie hatte schöne Tischdeckchen, schöne Pflanzen. Sie hatte schönes Geschirr, schöne Vasen, schöne Blumen. Und die zwei Tage vor ihrem Tod, ich habe sie ja betreut, die letzte Woche, die letzten zehn Tage vor ihrem Tod, ich glaube neun Tage vor ihrem Tod, habe ich sie betreut. Bin ich rund um die Uhr da bei ihr geblieben. Und die letzten Tage ist sie nochmal durch ihre Wohnung und die Seele war schon zum größten Teil weg. Aber sie hat ihre Sachen nochmal angefasst. Sie hat ihre Kleidung angefasst. Sie hat alles nochmal angefasst. Es war, wie wenn das Ego gesagt hat, ich möchte mich jetzt davon verabschieden. Jeder Einzelne von uns wird alles, was wir hier erarbeitet haben. Jede Tasse, jedes Buch, jedes Schmuckstück, jede Socke, jeder Schuh, nichts von dem bleibt bei uns. Das kann also auch gar nicht der Grund sein, weshalb wir hier sind. Da sind wir uns eigentlich also alleine schon vom Bewusstsein und von der Energie, wer wir sind, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Das kann nicht der Grund sein. Ja, manche werden sagen, es gibt keinen Grund. Ich bin hier, dann lebe ich mein Leben und dann bin ich wieder weg. Ja, das ist ein sehr, sehr niedriges Bewusstsein, welches auch wirklich zeigt, dass ich mich absolut nicht mit dem Universum, mit der Quantenphysik, mit unserem Schöpfer und nicht einmal mit mich selbst beschäftigt habe oder bereit bin, mich zu beschäftigen. Die Frage nach dem, wer wir sind, weshalb wir hier sind, ist ganz einfach. Dieses Wunderwerk der Schöpfung hat Gott geschaffen, mich, weil er der Meinung ist, dass nur wenn ich hier bin, dass das dann die perfekte Welt ist. Gott möchte Perfektion. Und Perfektion geht nur, wenn Claudia dabei ist und wenn Manuel dabei ist und wenn Kurt dabei ist. Das ist die Perfektion. Und wenn Rose dabei ist und Brigitte. Das ist Perfektion und alle anderen, die hier sind. Perfektion heißt, es muss genauso sein zu diesem Zeitpunkt, so wie es ist. Aber was ist denn meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist immer genau das zu tun, was mir keinen Spaß macht. Immer genau das Gegenteil von dem zu tun, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sehr einsam ist, ja, gibt es Menschen, die sind einsam, die sind alleine, die fühlen sich einsam. Dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich nicht einsam bin. Und zwar unter Leute zu gehen, Kaffee zu trinken, zu tanzen, Freunde zu suchen. Das ist meine Aufgabe. Und einige werden sagen, ja, aber ich bin nicht gut zu Fuß, ich bin nicht gut, ich kann nicht gut gehen. Es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten. Auch wenn ich mich nicht aus meinen eigenen vier Wänden wegbewegen kann, solange ich mein Bewusstsein habe, ja, meinen Verstand auch habe, solange bin ich in der Lage, etwas an meinem Leben zu verändern. Solange bin ich in der Lage, etwas zu tun. Und wenn ich ein sehr, sehr eifersüchtiger Mensch bin, da sind wir wieder bei dem Thema Ehrlichkeit, ja, schaut euch an, wer seid ihr? Seid ihr wirklich eifersüchtig auf andere, dann ist das genau das, woran ich zu arbeiten habe. Raus aus der Eifersucht. Geben, abgeben, Eifersucht bekämpfen, gegen die Eifersucht angehen. Anderen Menschen, vielleicht sogar die, auf die ich am allermeisten eifersüchtig bin, sogar denen etwas geben. Wow, das ist nicht leicht. Das ist absolut nicht leicht. Und wenn ich ein Mensch bin, der immer seine Ruhe haben will, dann ist es meine Aufgabe, genau das Gegenteil zu tun. Für andere da zu sein, viel für andere zu tun, raus aus dem Ego. Raus aus meinem Ego. Rein in mein Seelenbewusstsein. Rein in dem, wer ich wirklich bin. Das sind meine Aufgaben. Und wir versuchen uns abzulenken, Tag für Tag. Ja, aber jetzt habe ich dazu keine Lust, denn ich habe so viel zu tun. Ich muss zur Arbeit, ich muss einkaufen, ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss mich um meine Frau kümmern. Ich kann das ganz im Kleinen bei mir in der Familie, kann ich das, kann ich das wirklich üben? Kann ich das tun? Jeder von uns hat die Möglichkeit, seine eigene Aufgabe hier auf dieser Erde zu finden. Und ja, ich kann natürlich sagen, meine Aufgabe ist es, die Welt zu retten. Denn, das ist mir ein bisschen zu allgemein. Und das ist, denke ich auch dem Schöpfer, ein bisschen zu allgemein. Denn, das kann auch bedeuten, dass ich einfach nur faul bin. Dass ich keine Lust habe, genau hinzuschauen. Dass ich keine Lust habe, an das zu arbeiten, wo ich wirklich daran arbeiten muss. Damit ich mich weiterentwickle. Damit ich mich verändere. Jeder von uns will sich verändern. Viele sagen, ich will mich jetzt verändern. Ich will ein besserer Mensch werden. Und wir glauben, dass wir wirklich uns verändern, ein besserer Mensch werden, indem wir den bequemen Weg gehen. Wenn ich mich verändern will, ein besserer Mensch werden will, das ist eine harte Aufgabe. Ein besserer Mensch, eine bessere Seele. Eine Seele, die mehr, noch mehr im Bewusstsein ist. Das bedeutet die ewige Auseinandersetzung mit meinem Ego. Und das fängt an. Der erste Schritt ist tatsächlich das Bewusstsein, dass ich ein Ego habe. Das Bewusstsein, genau hinzuschauen und zu schauen, wo sind die Dinge, die ich nicht angehe. Wo ist das in meinem eigenen Bewusstsein, in meinem Ich, wo ich keine Lust habe, daran zu arbeiten. Oder wo ich es vielleicht auch sogar nicht schaffe. Ja, das ist irre. Manchmal gibt es, es gibt Menschen, die schaffen es einfach nicht. Es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Achtet darauf. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, Nein zu sagen, übt es. Und es ist schwer. Ich kann es euch sagen. Es ist schwer. Es ist schwer, an die eigenen Dinge zu arbeiten. Es ist schwer, ehrlich zu sein. Es ist nicht leicht. Aber das ist genau der Grund, weshalb wir hier sind. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.